Ich erwarte nur, dass ihr euch bereit seid, euch glücklich. Aber er ist in der Neu-Greben. Und zu sagen, Herr, wir bin ich. Domni, Alisha, sende mich. Trinite mich. Und er hat euch dieses Gebet einhören in deinem Leben. Ich habe nicht gewusst, dass ich ihn klein lasse. Ich habe nicht gewusst, dass dieses Volk so überaus verläuft ist, jetzt in geistlicherweise. Aber die Liebe, die deckt eine Menge von Sünden zu. Und letztlich ist es ja genau sein, unser Weg. Und das ist ja in unserer Leben. Was ist denn du in deinem Leben aus der Untruhe zu kurz kommen? Wir sind ja in unserer Leben, aber wir sind nicht glaubwürdig. Und uns leben und wir sind nicht glaubwürdig. Im Moment nicht glaubwürdig. Und wir können nur sehen, wir in diesen Problemen, hatten wir diese Probleme. Und zwar die Irrgüpfung, wir glauben und wir glauben, So, jetzt sage ich, was soll ich nur sagen? Amen. Amen.